Och ne, schon wieder der Herr Müller von der Bank wegen meinem Verwahrentgelt. Erinnern Sie sich noch an die Zeiten, als Sie 10% Zinsen oder vielleicht Ihre Großeltern 10% Zinsen auf der Bank bekommen haben? Heute müssen Sie ein Verwahrentgelt bezahlen, wenn Sie Geld bei der Bank wollen? Und obendrein haut der Staat uns noch eine mit der Inflation rein und enteignet uns alle? Heute verrate ich Ihnen, wie Sie es schaffen, an diesen Fängen vorbeizukommen. Bleiben Sie unbedingt bis zum Ende dran. Mein Name ist Dominik Kettner und ich zeige Ihnen jetzt, was die sicherste Geldanlage der Welt ist. Und hier drin finden Sie die passende Lösung. Hier drin befinden sich knapp 4000 Euro und Sie sehen schon, es glänzt Gold. Es handelt sich hier um die Zehntelunze des Goldphilharmonika. Eine Münze, die in Österreich produziert wird, also eine europäische Münze mit einem Nennwert von 10 Euro. Und das Ganze ist deswegen so besonders spannend, weil ich es sehr handlich finde. 4000 Euro in Form von Zehntelunzen-Goldmünzen. Hier befinden sich nämlich 20 Stück drin. Einfach in die Jacken oder in die Hosentasche zu packen und damit unter Umständen auch mal, wenn es sein muss, das Land oder die Lokalität zu verlassen. Mit dieser Goldmünze haben Sie den Vorteil, dass Sie ein optimales Tausch- und Zahlungsmittel besitzen, sich zeitgleich gegen die Inflation schützen, das Verwahrentgelt bei Ihrer Bank ersparen und vor der Inflation geschützt sind. Denn Gold ist nichts anderes als der perfekte Inflationsschutz in Zeiten, wo wir in den USA bereits über 6% und auch in Deutschland über 5% Inflation sehen. Wer verstanden hat, dass das Geld auf dem Bankkonto immer weniger wert wird und sich jetzt Gedanken macht, wie er sich optimal mit der passenden Krisenstückelung auch für den Notfall vorbereitet, dem empfehle ich die ein Zehntelunze Gold. Durch seine lange Geschichte hat dieses wunderbare Edelmetall hier eine Besonderheit, die jedes Geld dieser Welt aussticht. Und zwar handelt es sich hier nämlich um echtes Geld. Es ist durch die Natur limitiert mit einem Würfel mit einer Kantenlänge von weltweit etwa 21x21x21 Metern. Mehr Gold gibt es nicht. Natürlich ist dieses Edelmetall eins der beliebtesten Anlage-Edelmetalle der Welt. Und bei der steigenden Bevölkerung weltweit macht es natürlich Sinn, dass man sich ein kleines Scheibchen davon abschneidet und Sie können bereits ab 200 Euro in diese Münze einsteigen. Hier haben Sie das 20er-Paket in der vollen Trube. Wir haben tolle weitere Krisenschutzpakete auch im Onlineshop. Die werden wir natürlich ebenfalls unter dem Video verlinken. Sollte ich jetzt Ihr Interesse geweckt haben an diesem 20er-Paket im Wert von knapp 4000 Euro, finden Sie dieses Paket hier bei uns im Onlineshop. Für diejenigen, die sagen, das Budget ist mir zu groß, ich möchte was Kleineres, unter dem Video wird es einen Link geben, wo man auch als kleinerer Einsteiger bereits mit 200 Euro in so eine Münze investieren kann. Alle weiteren spannenden Edelmetallprodukte finden Sie hier in dieser Playlist. Ich würde mich freuen, wenn Sie einen Daumen hoch da lassen und bis bald auf Wiedersehen.